Was? Kalt? Was ist das für ein komische Kuppe? Grüß Gott! Was ist das für ein komische Kuppe? Schau, ich muss schwimmen gehen. Ja, geh schwimmen. Ich fahr, ich fahr da rein. Boah, das kann ich noch. Oha! Ja schon, der wird auch schwimmen. Aber das Wasser schaut super aus. Schau, was ist das? Moos. Total klar. Soll ich? Ja, geht schon. Hüpfen und dann springst. Ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Ich fahr, ich fahr, ich fahr. Na, na. Na, na. Na, na. Oh, krass. Da, na, na. Ja. Wo ist dein jub setup? Wofürst? Wofürst du mö��? Ja, sie fahr. Nee. Vielen Dank.